Hier, ich habe eine Idee. Haltet euch gut an meinem Schal fest. Dann werde ich euch bis ganz nach oben ziehen. Das ist super! Haltet euch alle am Schal fest! Aber nicht loslassen, ne? Und los geht's, mein Schöner! Oh Mann, das macht Spaß! Hey Weihnachtsmann, wir retten dich! So schnell wie's geht, wir haben's eilig! Es ist Weihnachten und jeder freut sich! Hurra! Wir haben's bis ganz nach oben auf den Mistelzweigberg geschafft! Das habt ihr gut gemacht, Freunde! Hallo, Weihnachtsmann! Wo stehst du?